Bis gleich, länger ist der Löhre. Ich kann nicht mehr. Jetzt, hier. Ist das so bescheuert? Entschuldigung. Du brauchst ein Stäbchen am Machen. Leute, ich schwitze hier, es umgeht nicht mehr, aber es war echt krass. Also wie fandet ihr das gerade? Fandet ihr das war von Level 10, von Level 100? Von 0 bis 100? Oder von minus 100 bis 100? Wie viel Punkte gibt ihr? Eins? Das war das Euro? Ja. Hat mir jemand, der mir was schuldete, halt vorbeigebracht. 500 Euro. Eigentlich wollte ich das zum Teil für meine Schwester, aber ich muss jetzt selber noch wegen meiner Kontofendung davon. Ja. Ich habe schon angerufen bei der Miete. Die haben auch schon gewusst, dass das gefendet worden ist. Und ich muss jetzt eigentlich nur bei der OK Papiere unterschreiben. Und das ist halt, wo ich traumatisiert bin. Papiere! Das ist wie so. Nein, nein. Bis zum halen. Das war's für heute.